Heute Durchsuchungen, Festnahmen, gestern ein Verbot von Demonstrationen aus Sicherheitsgründen. Wie hoch ist denn die Terrorgefahr tatsächlich in Deutschland? Darüber möchte ich gerne sprechen mit Michael Lüders, dem Sicherheitsexperten. Guten Abend nach Berlin. Schönen guten Abend, Frau Abratzky. Hallo. Ja, Herr Lüders, was sagen Sie denn? Sind wir tatsächlich näher herangerückt in den Fokus von Terrorismus und den Aktivitäten? Ja, die Frage stellen wir uns natürlich in diesen Tagen. Aber ich glaube, man muss doch zunächst einmal konstatieren, dass seit den Anschlägen in Paris eine gewisse Hysterisierung um sich gegriffen hat in den Sicherheitsbehörden, in der Bevölkerung. Große Sorge, kann es nun also auch bei uns zu Anschlägen kommen? Jeden Tag macht die Polizei neue Aktionen. Das ist ja auch gut so, so wie heute, wie in dem Bericht dargestellt, auch in Berlin. Aber letztendlich, es geht hier nicht um eine unmittelbare Anschlagsgefahr. Das hat ja auch die Polizei noch einmal deutlich hervorgehoben. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase großer Verunsicherung. Die Sicherheitsbehörden wollen sich nicht vorwerfen lassen, möglicherweise nicht entschlossen genug gehandelt zu haben. Nun wird also das Unterste nach oben gekehrt und man sucht nach möglichen Gewalttätern. Aber es bleibt auch die Faktenlage ungeachtet der Anschläge in Paris weitgehend unverändert für Deutschland. Es gibt kein erhöhtes Gefahrenpotenzial für einen Anschlag zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn es gefühlt so sein könnte, dass viele glauben, wir leben jetzt sozusagen kurz vor einem Anschlag. Darauf gibt es aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Hinweise laut Sicherheitsbehörden. Wenn wir auf diese aktuelle Zelle schauen, die da ja in Berlin ausgehoben worden ist, also zumindest sagen wir mal, es gab ja erstmal Festnahmen, ob es denn tatsächlich eine Zelle ist und wie aktiv die waren, was sie tatsächlich alles geplant hat, wissen wir ja noch nicht wirklich. Was können wir uns denn darunter vorstellen, was auch zu den dünnen Informationen, die wir haben, welche Gefährdung geht denn von dieser Logistikzelle aus? Nach allem, was die Polizei bislang mitgeteilt hat, handelt es sich hierbei nicht um Leute, die ins Visier geraten sind, weil sie hier in Deutschland Anschläge vorbereiten würden. Vielmehr haben diese Leute offenbar Vorbereitungen getroffen, um Material, das nicht näher qualifiziert wurde, in Richtung Syrien zu exportieren. Und haben Vorbereitungen getroffen, möglicherweise selber nach Syrien auszureisen. Das ist noch eine sehr vage Zustandsbeschreibung seitens der Polizei. Und ob es nun bei dem Haftgrund bleiben kann, aufgrund solch vage Anschuldigungen, das wird sich zeigen. Auf jeden Fall geht die Polizei gegen die Sicherheitsbehörden verstärkt gegen sogenannte Gefährder vor. Und als Gefährder gelten insbesondere solche Islamisten, die im Verdacht stehen, in Richtung Syrien aktiv zu sein, dort in Kontakte zu unterhalten. Und die entsprechende Botschaften im Internet verkündet und gepostet haben, die geraten ins Visier. Aber bislang gibt es keine heiße Spur, dass es nun in Deutschland einen bevorstehenden Anschlag geben könnte. Klar ist aber, wenn ich so sagen darf, die Gefährlichkeit erhöht sich. Denn natürlich hat der islamische Staat, haben andere radikale Gruppierungen sehr wohl verstanden, wie aufgeladen die Atmosphäre ist, wie Angst erfüllt. Und da will man sicherlich nachlegen. Denn diese Anschläge in Paris haben ja wirklich nicht nur Frankreich, sondern Europa grundlichst durcheinandergewirbelt und sehr viel Unsicherheit produziert. Ja, die haben uns wirklich alle in Paris, aber auch sicherlich auch bei uns, die haben uns bis ins Mark erschüttert, diese Anschläge. Sind es denn Anschläge, die die Terroristen, die diese Menschen aus sich selber heraus tatsächlich ja produziert, geplant haben und ausgeführt haben letztendlich? Oder ist es wirklich so, dass Sie jetzt konstatieren können, dass der islamische Staat hinein reicht aktiv nach Europa? Es gibt bislang keine Hinweise darauf, dass der islamische Staat Anschläge hier in Europa angeordnet oder befohlen hätte. Es gab zwar entsprechende Internetauftritte verschiedener religiöser Führer oder solche, die sich dafür hielten. Aber das war lange nach den Anschlägen in Paris selbst. Alles deutet darauf hin, dass die Anschläge in Paris homegrown Terrorismus waren. Also ein Terrorismus aus dem Inneren der französischen Gesellschaft selbst. Es gab Kontakte in Richtung Jemen, aber keine direkte Anschlagsaufforderung seitens Al-Qaida oder seitens des islamischen Staates. Das muss aber so nicht bleiben, denn der islamische Staat ist entschlossen, die Europäer, die Amerikaner in einen Bodenkrieg hineinzuziehen, im Irak in der Erwartung, ihnen dort eine Niederlage beifügen zu können, weil es eben noch nie an der regulären Armee gelungen ist, eine Guerilla-Armee wie den islamischen Staat zu besiegen. Insoweit muss man befürchten, dass der islamische Staat in diese Richtung denkt. Bislang hat er aber offenbar noch nicht die logistischen Möglichkeiten, dieses zu tun. Wenn wir jetzt nochmal zurückgucken nach Deutschland, auf die Absage oder das Verbot der Demonstrationen von Pegida gestern, aber auch der Gegendemonstrationen dann auch im Lichte der Erkenntnisse von heute. Denken Sie, es war tatsächlich nötig, dieses Verbot auszusprechen? Es gibt ja mittlerweile durchaus Kritik an den Ermittlungsbehörden in Dresden. Sie hätten möglicherweise übereilt gehandelt. Das kann man als Außenstehender natürlich nicht beurteilen. Es ist völlig klar, dass die Polizei, dass die Sicherheitsbehörden vorsichtig sind. Man stelle sich einmal vor, es wäre tatsächlich zu einem Anschlag gekommen und die Polizei hätte nicht gehandelt. Dann würde sie natürlich jetzt mächtigen Druck und der Kritik ausgesetzt sein. Nichtsdestotrotz, ich glaube, bei allem Hin und Her in der Frage, war das jetzt richtig, war das falsch? Das grundlegende Problem ist ja nicht diese eine Demonstration, die noch nicht stattgefunden hat. Es wird weitere geben, sondern die Frage, wohin entwickelt sich die deutsche Gesellschaft insgesamt? Wir haben jetzt eine Situation, wo wir auf dem islamistischen Rand Gefährder haben, die bislang jedenfalls noch vor allem in Richtung Syrien aktiv sind, möglicherweise aber auch eines Tages Anschläge in Deutschland vorbereiten und durchführen werden. Und auf der anderen Seite haben wir Extremisten am rechten Rand der Gesellschaft. Und das kann sich gegenseitig aufheizen. In Frankreich ist das sehr deutlich bereits zu beobachten, mit Übergriffen auf Moscheen und auf Muslime. Das heizt das innenpolitische Klima an, das gefährdet den innenpolitischen Frieden. Und man kann nur hoffen, dass sich diese Entwicklung nicht auch in Deutschland fortsetzt. Denn damit würde im Grunde genommen unser Leben in Deutschland sich grundsätzlich verändern, wenn die Extremisten nun gegenseitig aufeinander losgehen und ein gesellschaftliches Klima der Angst produzieren. Michael Lüders war das. Vielen Dank für diese Einschätzung, für diese Analyse nach Berlin.